Ich will die Gyrus in 5, in 4, in 3, in 2 die Gyrus, let's go, Gyrus, 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 wir laufen nach vorne, come on. Gabby an, wir laufen durch und bombt die rein, genau, auf den Marken, bombt die rein, bombt die rein, geht durch, Pulse rein, hinter die Bubble, auf meine Position, cleave tier. Und wir laufen wieder durch, rechts rum, in 3, in 2, in 1, rechts rum. Reaching, der Fläch, Gabby, stark hinten, down, stark. Wir bleiben hier auf meiner Position, wir bleiben hier, wir bleiben hier, kommt ein bisschen zurück, wir gehen rechts rum in 3, in 2, in 1, rechts rum, let's go. Ich will die Worlds rein, full damage, full damage, full damage, please hmm, bleib drin, bleib drin, auf meiner Position, kommt die, kommt die nach links. Damage, 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 wir bleiben jetzt einfach hier, wir gehen ein Stück zurück, gehen ein Stück zurück, bleibt hier, ein Stück zurück. Redsожу, Reds씩, Reds씩, wir dodgen dich einmal nach vorne, zu mir, bleibt hier, bleibt hier auf der Position, dass du Crushitzel, Wurst��고 up. Damage, Damage, Damage. Wir pushen auf die mit den Wells. In 3, in 2, in 1. Wells, Wells auf Marker, Wells auf Marker, push auf die, push auf die. Jetzt den ganzen Damage. CC, wenn wir haben. Let's go. Wir bleiben hier, wir bleiben hier. Ich bin Ultralo, ich bin Ultralo. Wir bleiben hier, die sollten kein Damage mehr haben. Cleaved einfach. Cleaved, jetzt noch die hinteren Target ist gesetzt. Ah, ich hab den Marker nicht mehr, Alter, what the fuck. Ja, cleaved das aus mir, alles noch. Ich muss kurz mal den Marker raus umstellen. Tatsächlich kurz gestehen, ich war verwirrt, dass ich ne Axt in der Hand hatte. Was spielst du? Gott. Ich bin normalerweise immer nur mit Maze. N' Door. Maze in 2, 1. Bombkits jetzt. Wir gehen links rum. Links rum, kommt links rum. Stab hier an. Wir warten hier, wir bleiben hier stehen. Jairus auf mich, Jairus auf mich, Jairus auf mich. Wir laufen nach links, wir laufen nach links, kein Blast. Wir bleiben hier, wir bleiben hier, kommt einfach mit, kommt mit, wir laufen, wir laufen. Bubble in uns, Pulse rein, Pulse rein, bleib in der Bubble, bleib in der Bubble. Bleib in der Bubble, hier ab. Okay, ich bin draußen, perfekt, bleib hier, bleib hier, wir gehen nach links, wir gehen nach links, wir gehen nach links, komm nach links. Wo bist du denn, Henman, Alter? Wir bleiben hier, wir gehen jetzt rechts rum in 3, in 2, in 1, rechts rum mit der zweiten Bubble, Pulse rein, wenn ihr könnt. Du hast noch die Wels? wir machen die welt nach der battle in drei und zwei und auf die welt auf die lasse in uns rutschen was sie wohl schon jetzt auf die ich wurde gefüllt ich komme wieder bleibt hier stecken position wir pushen nach vorne in 3 und 2 1 rechts um und nach vorne bleibt rechts bleibt jetzt hier bleibt jetzt hier damit hier alles was ihr habt ihr kriegt die leute kriegt die leute kriegt die leute die leute perfekt wir pushen auf die drauf und 3 in 21 auf die drauf wir gehen einfach allen durch 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 hier auf auf die toten auf die toten ok die welt auf die in drei und 21 auf die noch mal kommt let's go welt auf die puls rein kurz rein holz rein gilt nur noch die hier gilt nur noch die drei hier liegen kommt da kommt davon raus und wir gehen wieder zurück wir warten auf die let's go will wenn er macht spaß kriegen wir noch den einen riefer ok in den sport 4 in 3 und 2 in 1 blasen wir gehen rechts rum rechts rumlaufen wir gehen auf die zu wir sehen dass sie da sind passiert ja ist okay ist okay wir gehen auf die zu wie bei den wir gehen noch mal zurück ticket die 5 in 4 in 3 in 2 1 4 bei mir geht zurück kann kriege nach vorne gehen kann kriege nach vorne gehen von der bubble ich will die welt mit der bubble jetzt mit der bubble let's go auf die welt welt auf klein ist es in die bundes jetzt hier sind die bundes bleibt da bleibt geht nach rechts deutsch einmal zu mir deutsch einmal zu mir deutsch einmal zu mir wir bleiben hier wir bleiben hier an der barriere an der double dran wie soll ich sein soll nicht sein geht nach links kommt nach links kommt nach links ist ok kommt nach links bleibt auf den 2 da und ist hier bleibt auf den 2 da und ist wir warten bis der bubble weg zum pushen dann wir pushen 3 in 2 1 1 push voll auf die drauf auf deutsch einmal durch und der mit dem mit dem mit ihr alles in der mitte dem mit dem mit dem man es macht einfach denn mit macht damit die haben nichts mehr und früge und früge über die noch da sind wer ist das für eine jedi gilde wir gehen zurück zum sport ja lasst jetzt kommt einfach brauchen kids öffnen das portal auf das portal nehmen das portal let's go wir gehen auf die zu wir gehen fuhr auf die zu wir bleiben hier wir bleiben hier sind nicht alle hier bei los wir bleiben hier stehen wir bleiben hier wie nach rechts wir gehen noch jetzt kommt nach rechts und hier kommt ihr kommt zu mehr uns wieder zu gehen da und wir gehen wir gehen auch die zu gehen auf die zu ist ok wir halten uns auch gehen einfach nur die wir gehen einfach nur links deutsch einmal durch deutsch einmal durch deutsch einmal durch bleibt hier bleibt hier bleibt hier bleibt erst einmal hier bleibt dass mich älteres weg sind wir warten das Kapitel dasievous bilden bereits oft Yankei maraton auf die Linken, drei in zwei eins Wir push nach vorne, while's, follows ist dir die zweite Bubble. Wir haben keine mehr. Wir bleiben hier bestehen. Wir bleiben hier stehen. Mach Damage auf unsere Position. Ich bleibe hier stehen, wir pushen auf die drauf, in drei in zwei in eins. Wir bleiben hier auf den Downs. Cleef die Downs, cleef die Downs, bleibt hier bleibt hier bleibt hier Jetzt alles 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 hier. Bleib einfach hier drin stehen, blab hier drin stehen. Hier sind 3 Leute down, bleibt einfach hier drin stehen. Kommt nach hinten, kommt nach hinten, kriegen wir Reds. Reds in 5. Reds, Reds, wir pushen auf die drauf, in 3, in 2, in 1. Push jetzt auf die drauf, noch einmal, noch einmal. Mach dir Damage, mach dir Damage, ist okay, mach dir Damage. Cleave die, cleave die, cleave die. Cleave nur noch die, und dann gehen wir. Ja, komm, komm nach hinten. Rupal noch, Terry, okay, alles gut. Cleave den 1 noch, let's go. Hab ich da was falsch gemacht, oder warum ist Terry und ich nicht mitgekommen und sind auf der Stelle gepordet? Ich bin da runtergerufen und danach da ist schweig oder so. Bitte, Fahrlangs 12 für 3 nehmen. Nein, nein, wir machen, wir nehmen das Portal nicht. Wir gehen auf die Zoo und baiten, let's go, wir gehen auf die Zoo und baiten. Wir gehen auf die Zoo, wir gehen zurück in 3, in 2, in 1, wir gehen zurück. Gyro ist auf dem Weg, Gyro ist im Lauf, Gyro ist im Lauf, wir drehen wieder um in 3, in 2, in 1. Wir drehen um, wir drehen um, let's go, wir halten uns links. Wir ziehen hier nach vorne, Bubble hier in uns, Bubble hier in uns. Pull den Damage rein, pull den Damage rein, wir beide. Zieht die Backline, zieht die Backline, zieht die Backline. Geht nicht in deren Bubble, zieht die Backline. Gehst du noch? Ja, wir gleich. Zweite Bubble auf die, wir gehen nach vorne in 3, in 3, in 3, in 1. Welts on Bubble, Welts on Bubble, Welts on Bubble, Welts on Bubble. Geh rauf, wenn es geht, pull, 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 pull. Hier in die Wells, sehr schön, sehr schön. Bleibt auf meiner Position, guckt wo die Lampe ist. Bleibt auf meiner Position, macht hier Damage, macht hier Damage. Wir bleiben hier. Ja, wir lassen übel viele Downeys. Ja, bleibt auf den Downeys. Cleve nicht weiter, wir lassen ihn einfach anlaufen, kommt zurück. Cleve noch das, was da liegt und dann... Boi! Jo, der ist abgeschämmert. Komplett weiter, einfach weiter, einfach weiter, macht die Stabi an, Puls nach vorne, ich will da ne Bubble auf die, die da sind und Damage. Einfach nur Damage, die Wells könnt ihr auch machen. Ja gut, mach ich ab. Hier, Tage des Gesetzes in meiner Gruppe. Warte mal, ich muss hier mal... Ah nee, für den Scrim ändere ich das. Für den Scrim ändere ich das, ich hab jetzt den hier. Okay, äh, ja, was wollt ihr machen? Wollt ihr noch das Lager drehen? Wollen wir ihn? Wer blast üben? Wer blast üben? Wer blast üben? Wer blast üben? Ja, dann... Dann komm mal ran, wir blasen einmal, let's go. Das können wir erst mal machen. Der Firm, weil der macht so Bock, ne? Bundenkits in 5, in 4, in 3, in 2, in 1 8 11 12 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 13 14 14 14 14 15 15 17 18 18 18 7 10 Ja, ich war ein bisschen late, tut mir leid Aber sollte machbar sein Ich glaube bei uns in der Gruppe hattet der Engine nicht geblastet Mich? Jeden Feier habt ihr 5 Sekunden zu wenig Also 6 War denn in welcher Gruppe? Bei euch? Ich hab geblastet Ich hab 7 gehabt Naja, ich hab andere 7 gehabt Nein, ich mach 3 das Du warst 5 Sekunden vor mir revealed Also 6 Okay, dann machen wir das ganze halt nochmal Wer ist denn in welcher Gruppe? Wir machen das ganze nochmal, let's go Ich will die Bottom Kids in 5 In 4 In 3, in 2, in 1 Let's go 4 Sekunden, 6, 9 Hab ich nur 8 Ich hab 3 mal geblastet bei mir In Gruppe 3 Das ist keine Ahnung was von uns los Weil irgendwas überblastet da auf jeden Fall Irgendwer überblastet Also nochmal Dritte nur 3 der Guard 2 der Engie Ja Niemand anderes reinblasten Okay Bomb Kids ready Wir warten Grollen Ich will mit Grollen blasten 5 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 Wer blastet da alles? Der Guard 3 mal 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 3 2 3 2 1 Blastet Hier wir bleiben hier stehen Wir gehen ein bisschen nach vorne Wir gehen ein bisschen nach vorne Wir gehen nach vorne 5 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 3 5 4 3 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 4 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 Bleibt auf mir. Wir gehen auf dem Down in 3 in 2 auf Marker. In 3 in 2 in 1, let's go. Haltet euch links, haltet euch links. Wir bleiben hier stehen. Dodge raus. Dodge einmal nach hinten, dodge einmal nach hinten. Wir bleiben hier. Wir gehen nach vorne in 3 in 2 in 1. Links rum. Links rum. Auf unser Down. Damage. Hier, Damage hier. Auf Marker. Damage. Damage, hier. Auf die auf die... Stehe, stehe, stehe. Kommt hier hin, kommt hier hin. Okay, wir bleiben erstmal hier. Wir gehen auf den Down in 3 in 2 in 1. Auf die Downs. GG. 3, 2, Blasten. Hold. Okay, wir halten uns diesmal links. Wir gehen direkt nach vorne. Kommt mit. Wir gehen auf die zu. Wir gehen auf die zu. Wir beiten wieder. Einfach ein paar Autotecks wieder rein. Wir gehen zurück in 3, in 2, in 1. Wir gehen zurück, wir gehen zurück, wir gehen zurück. Könnte Jaros ziehen, wenn's nicht gekaut wird, bitte. Oh, was zu schei. Bleib. Wir gehen weiter zurück. Wir gehen auf die zu in 3, in 2, in 1. Wir halten uns links, wir halten uns links, wir halten uns links. Wir gehen wieder zurück in 3, in 2 und 1. Wieder zurück, wieder zurück. Mick wieder zurück, kommt er weg, kommt er weg. Wir gehen jetzt Full drauf, mit n Krieger. Krieger wird rein, ich will die Bubble und die Wells. In 3, in 2, in 1. Pult rein, pult in die Bubble. Bleibt hier in der Bubble, bleibt erst mal in der Bubble. Wir bleiben hier, wir bleiben hier, dodge einmal nach hinten, dodge einmal nach hinten. Wir bleiben hier, wir gehen rechts rum, in 3, in 2, in 1, wir gehen rechts rum, lets go. Ich will die zweite Bubble. Ich bin stark, ich bin stark, ich bin stark. 3 2 1 Pulse in die Bubble, haben wir einen Pulse? Wir bleiben hier. Wir bleiben erstmal hier, wir bleiben erstmal hier. Wir bleiben hier. wir kommen die strahlen bauling aber in die warte ich will alles in die warte ein kleiner dauer und bleibt auf dem dann jetzt bleibt auf dem zweiten weisen drei auf die full auf bleibt wir bleiben hier wir bleiben genau auf meiner position bleiben wir gehen auf die drauf auf die drauf und bleibt bei mir wir haben hinten einen geht auf den down wir bleiben hier wir bleiben hier wir gehen einfach rückwärts jetzt damage in uns alles in uns alles in uns alles in uns wir bleiben einfach stehen auf den downs noch kein gg gecold noch kein gg gecold lauf weg äh fünften sekunden wir laufen einfach mal auf die zu let's go jetzt gab es 2-0-0 sorry sorry die rennen auch wir laufen noch zu aber ich habe target alles gut wir bleiben hier haltet euch links wir gehen auf die zu in 3-2-1 alles gut eine ich will sie will 3-0-0-0-0 k bleibt auf zehn dann dann kommt wieder zurück kommt wieder zurück alles guckt wir gehen jetzt so 7-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 Bleibt hier, bleibt hier. Hier, wir haben 3 Downs. Hier, wir haben 2 Downs. Komm, cleave den, bleibt auf mir. Auf den nächsten Down. Auf den nächsten Down. Auf den nächsten Down. Kriegen wir ein Reds? Kriegen wir Reds? Kriegen Reds? Bleibt hier. Wir gehen nach hinten auf den Kill. Kill den erstmal. Kill den 2. Wir haben noch einen Kill. Bleibt hier auf den Kill. Wir gehen jetzt. Full drauf. In 3, in 2, in 1. Mit den Reds. Full drauf. Full drauf. Alles damage. Geht einmal durch die Traps. Bleibt hier stehen. Bleibt hier stehen. Wir bleiben hier. Wir gehen nochmal drauf in 3, in 2, in 1, auf den Tag, GG In 3, in 2, in 1, jetzt go nach vorne Ich will den Krieger direkt reinlaufen sehen, wenn wir auf die Zoo laufen Wir gehen direkt auf die Zoo, wir gehen direkt auf die Zoo Ich will einfach auf, einfach auf, Bubble und Wales, Bubble und Wales, jetzt Geht in die Bubble, geht in die Bubble, alles in die Bubble, alles in die Bubble Wir haben hier einen Reaper, wir haben hier einen Reaper hinten in der Bubble Killt den, sehr schön, der ist down, bleibt hier hinten, bleibt hier hinten, wir bleiben hier Wir gehen auf den Down, in 3, in 2, in 1, auf den Down, auf den Down Geht auf den Down, geht auf den Down, geht auf den Down, geht auf den Down, geht nicht zu deep Geht hier vorne, 3, 2, in 1, ja, wir bleiben hier, wir bleiben hier, wir bleiben hier, okay, zweite Bubble nach vorne, auf und down, in 3, in 2, in 1, let's go, let's go, auf und down, auf und down, ich will die Bubble, Pulse, Pulse in die Bubble, wir haben einen in der Bubble, kill den zweiten hier, okay, ja, dann alles, alles jetzt, alles hier raus, alles hier raus, bleibt, bleibt aber hier bei mir, bleibt hier bei mir, macht damage von hier, macht damage von hier, jetzt auf die drei Downs, cool, cool, alles drauf, alles drauf, alles drauf, GG. Als du jetzt gesagt hast, zum zweiten Mal, wo wir jetzt liegen, da hat er mal in einer noch 5, wir machen die Bombenkits hier, in 5, in 4, in 3, in 2, in 1, Bombenkits, blasted, 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 wir gehen nach vorne, erweitert mit Gyrus, wenn wir brauchen, wo sind die auf der Brücke, Gyrus, 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 rechts, 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 achso, die sind schon drin, oh mein Gott, okay, okay, ist okay, wir bleiben hier auf der Brücke, wir bleiben hier, wir bleiben hier vorne, wir bleiben hier vorne, wir warten, ganz fein, okay, Okay, pullt mal den hinten, den ein, den ref, let's go, killt den ref, killt den ref, killt den ref, der hat grad healern, ist okay, killt den ref, killt den ref, Das ist ein Portal, okay, kommt hierhin, wir stacken erstmal hier, das ist ein Portal, okay, wir, hör zu, wir baiten die nur, indem wir in die Mitte laufen, wir gehen sofort wieder zurück, wir laufen nur in die Mitte, mit einem Stack steigen, let's go, in 3, in 2, in 1, wir laufen nur in die Mitte, wir laufen wieder zurück, wieder zurück, Perfekt, und wir gehen jetzt full rein, diesen rechts, richtig, bubble vor, wir gehen rein, in 3, in 2, in 1, vor, bubble rein, let's go, let's go, let's go, Dodge einmal durch, dodge einmal durch, dodge einmal durch, ich will die bubble, ich will die bubble, bleibt hier, voll durch, voll durch, mit, wir laufen mit, wir laufen mit, wir laufen full durch, wir laufen full durch, macht damage, macht damit, wir gehen auf die Downs, 3, in 2, in 1, auf die Downs, auf die Downs, sehr schön, Auf der anderen Seite noch ein paar, wir haben die, wir haben die, wir haben die, ja, okay, kommt auf die andere Seite, let's go, knack, knack, one pushed, Wir haben nicht mal sich gewehrt, ne, können wir gar nichts, das ist Luna, das war nicht, das war nack, das war nack, äh, killt mal noch die, die hier, genau so schlimm, okay, wir gehen wieder raus, let's go,